Letzten zwei Tagen hat er aufgespielt. Von Völk hat eine Moschide. Wir haben Ziel-Tresor erobert. Brauchst du deinen Headgunner-Platz? Achtung! Wir haben Ziel Emil verloren. Bei der Venner meinst du, du brauchst einen Headgunner-Platz um langsamer zu werden? Brauchst du deine Stücke auch? Gut, ich bin gut, ich kann es mich in der Mitte der Mett mal rauslassen. Achtung und tschüss. Achtung und tschüss. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin schon wieder so ein Arschloch am Arsch. So ein Witzer. Nein, da ist der Handel schon gar nicht so ein Arschloch am Arschloch. Achtung und das dreht pouco Trink. Achtung und das geringe auf der Grafik. ...hat den hinterher und der ist dann irgendwann... ...richtig langsam geflogen. Ich weiß nicht. Dann hab ich den überholt, denn der hat mich beschossen. Dann kam noch dazu noch, äh, zum Jäger. Hm. Wir sind fast geschlagen. Legt endlich ein Fahrt zu. Habt ihr jetzt, äh, alles? Nee. Ja, ich lass euch bei, ich lass euch bei den neuen Flugzeug auf jeden Fall den Vorrang, weil ich hab, na gut, ich könnte noch die G2 auf Stufe 4 bringen, aber sonst hab ich soweit alles die, ja man. Also ich hab, äh, Flugzeug. Viel weiter als den Feindeshand. Viel weiter als den Feindeshand. Jetzt müsste der bald ins Flugzeug kommen, ne? Weil jetzt ist grad nur ne... ...Zu-Car... ...em Berg reingerastet. Hätten Bomber verfolgt, dann hat er irgendwie den Korb nicht gebracht. Dann hat er jetzt einfach nur... ...hinter mir... ...gemacht. Laut. Irgendwann. Ah, der braucht jemand Hilfe, oder? Wir haben Cidora verloren. Ja, ist halt nicht so wendig wie ein Jäger, ne? Jaa... Jaa... Ich würd sagen... ...gürst ja nicht... Ich würd sagen... ...gürst ja nicht so... ...unbedingt... Ja, jetzt! Moritz, jetzt, jetzt, jetzt! Ach, was? Ach, was? So, findet ihr heute noch? Ja, ist gut. Achtung! Ja, ich war da nicht wirklich. Egal, dafür würde es gar nicht gehen. Ja, das war auch. Oh, da greift wie willst. Oh, Mann! Kannst ja so langsam fliegen, das geht doch gar nicht. Mir macht Angst. Ich sehe es hin. Oh, was? Mich hat ein Bomber gerannt. Ich bin gestorben. Was machst du? Äh, ich mache nach der Runde schluss, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch und wollte dann da auch ein bisschen fit sein bei... Oh, das war... Ich bin gestorben. Sorry, das... Kann sein... Bei C? Oder... Oh, ja... Das hab ich... Sorry... Ah, Benefix ist auch Stuka. Was? Nö... Oder? Ne, ach was. Das ist Moritz, Adolf Lorenz. Glauben... Glauben... Wir müssen die Ziele des Feindes einnehmen, wenn wir eine Chance haben wollen. Jawoll, ein abgeschossen wieder. Jawoll, ein abgeschossen wieder. Jawoll, ein abgeschossen wieder. Wer ist das, Mann? Ah, es ist ein Anputzer, habt ihr beide eins? Ja Gut Das ist ein Anfänger Das ist ein Anfänger Ja, das ist ein Anfänger Fick Disho also das kommt aber in Bombo und andere Bombo hinten reingekracht, aber richtig in der Adel abgestürzt das sah aus das sah richtig übel aus ok und der Moritz sieht aus, als soll da immerhin nur herfliegen ja, ja, ja ach man scheiße, er hat mich weg weißt du, er beschießt er beschießt mich mit der Flagge, ich denke, okay, gar kein Problem, ich habe noch ein Raketenmesser dabei, cool ich fliegt an und er fliegt und er hustet mich einfach vollkommen aus dem Leben puh wo ist der? wo ist der? ja da kannst du meins haben berni? warte ich ja Achtung, ich spring raus so, jetzt gehört es dir uuuuuh uuuuuh aha äh äh h h ich hab gerade eh'n gesehen ach so ja benni, du musst halt ziemlich vorhalten mit den Kanonen ja, ok ich weiß ich weiß ich merke einfach von mir, was über mich die Konzentration hat da ist mhm gute Arbeit, gleich bekommst du Verstärkung waaa uaaa wooooo uu uu uuuu uu uu Oh krass, voll wie ein Bomber weggekossen Oh scheiße, ich bin doch gegen Bergfluss Ja, ich habe Angst Die Stuka knut schon ziemlich geil, muss man sagen Oh, ich bin doch nicht sie ach der zimmer mich und nicht zimmer den wenn so was BAM! 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 Jetzt ist er noch eine gute Idee! BAM! Ihr könnt sie auch zur E locken, dann kann ich... Wir haben es wie lebend, Herr Oberzeugdaten! Ja, Moritz! Lass ihn zur E! Das Gefühl ist ja, Lass ihn zur E! Ich komme! Was? Scheiße, der hat mich auch nicht antwortet! Meine Fresse! Lass mich doch einfach mal! Oh, ey! Der hat mich gekriegt! Mann, ey! Zwei Stück, hängt er am Arsch! Falt dich gar nicht über jetzt! Jawohl! Ja, ich hab ihn abgeschossen! Jawohl! Sauber! Ja! Das ist ein Bomber! Falt dich nach euch! Äh, hier in der Richtung war ein Bomber! Der hat ungefähr... Der hat mich lebens... Ja, da ist noch! Ja! Ich hab ihn verstoß! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Zwei Stück oder so sind wir schon wieder hin! Das ist doch nicht gut! Ich hab ihn verstoß! Aber wo bist du bei Ehe, he? Wo bist du bei Ehe, he? Der Ritter wird gejagt. Ich? Oder? Ich weiß nicht, wer Fuß war, aber irgendwann habe ich dann ungefähr 36 Damage gedrückt. Ah, mein Gott! Scheiß Flatt. So, jetzt bin ich am Arsch. So, ich bringe eben mit. Ja, wenn ich gehe, dann bin ich mal 30 geben. Ja, komm nochmal. Kann ich mich nochmal irgendwie faszinieren? Der verfolgt mich nicht mehr leider. Ja, ja, der hat von mir ordentlich was eingeschenkt bekommen. Doch, doch, ich komme wieder zu dir geflogen. Na, hat er noch Bock? Ne, er lässt sich in Ruhe, Benni. Ne, er kommt wieder, er kommt wieder in den Kurs. Ne, er hat auf jeden Fall nur noch ein 40 Leben. Oh, der, der Jäger hier irgendwo? Ja. Ja. Soll ich was? Ja, ich bin wohl doch korrekt. Achtung, wir haben Zielhebel verloren. Oh ja, komm, ich benutze den Fernseher doch noch was zu gehen. Oh ja, komm, ich benutze den Fernseher doch noch was zu gehen. Ja, ich bin wohl noch bei Andeja und Andeja, ne? Wir haben jetzt die Kontrolle über Ziel Anton. Achtung, wir haben soeben Zielnasser erhobert. Ja. Fack ein, setzt doch noch ein. Gut, der Zielthezer ist verloren. Nicht aufgeben, doch können wir das Blatt werden... und und aber das macht Die sind ja Rauch! Wir haben Ziel Anton verloren! Hilfe! Ach, Mann, oh! Wenn ich wüsste, wo du fliegst, fliegst du überhaupt noch? Scheiße, nee! Kommt an, ja! Jawoll! Endlich mal wieder ein Bombo abgeschossen. Aha, ist nie. Ja. Sauber. Der Wärter ist jetzt in unserer Hand. Wir haben schon einen Schlag geschossen. Versachen! Ich? Ich weiß es nicht genau. Aber Alter! Jetzt sind wir noch in den Hakenflogen oder was? Die ist bei A oder? Der Wärter ist in Feindeshand. Achtung! Wir haben Ziel Dora verloren. Wir haben zwei, die mich jetzt jagen hier oder was? Ja, bestimmt. Das sieht so aus. Fliegen wir jetzt alle wo? Herr Benedikt. Der gibt echt viel am Arsch. Nee, oder? Nee, das ist der andere Team. Wir haben's gewassen, Herr Ober. Nee, äh, dieser... Doch, bei... Äh... Güster Power. Der hat fallen. Oh, ich sehe nicht mehr. Scheiße, wo ist er jetzt hin? Also doch. Jawoll! bluzz ск kr 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 Aber Leute, ich denke, ich werde euch leider schon vorzeitig verlassen. Ich bin da nicht gemüde. Okay. Klub. Ähm, ja. Sonst würde ich sagen, rechnen wir uns die Tage. Oh, ich hätte nicht gedacht. Ja, mach dich. Oh, was? Also, also, hau da rein. Mann, warum kann ich den denn nicht abhängen? So ein Wichser. Den habe ich schon dreimal abgeschossen und der habe ich fünfmal. Jetzt löge ich das sechste Mal. So ein Wichser. Ziel Cäsar gehört uns. Oh, dul. — Das super. Oh, schau 관심! kreis glückfeuer Ich bin ein Bomber Glaubst du es? Ich nehme mich mit Du Arsch Richtig schlimm Schon wieder mit dem Flieger Ich werde das Wunderbar 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020